Ja scheiße was mach ich denn jetzt? Springe ich höher als ein Sichtfeld? Ok nein Was ist das? Perfekt Perfekt sehr gut Hat er sich schön ablenken lassen von den Mäusen Na komm Ja super und jetzt? Hä? Wie soll ich diese ganzen komischen Laser ausmachen? Oh Ok Was ist hier? Und das Verlies des Inquisitors, ok Wenn wir diesen Hatch öffnen, können wir direkt unter den Außenbüllen Nein nicht da runter, äh nicht da hoch Nein immer noch nicht da hoch Nein immer noch nicht da hoch Nein immer noch nicht da hoch So Irgendein Läser dürfte jetzt raus sein Uiuiuiuiuiuiui Uiuiuiuiuiui Oh Jo Voll der Nahkampf Äh voll die, voll die nahe Kamera So ich musste ja alle Gräuschlos töten, genau da war ja was Zack Zack 4 von 7 Ok Was nun? Ähm So wo bin ich? Ich bin da, da will ich hin Jetzt komm ich da echt nicht lang Oh mein Gott Hä Hä Wie soll man denn hier die ganze Zeit diesen Strom ausmachen? Eben war ich noch danach, ich konnte es ganz kurz anklicken, siehst du hier? So So, Laser aus, meine Güte So, da ist doch noch einer oder was? Drei, drei Leute? Oh scheiße Zum Glück gar nicht viel Um zu Schlimm Bezug auf den Schwerk Bis dahin Okay, tötet mich bitte einmal Loh die verlieren mich jetzt wirklich. Oh mein Gott, was für Vollidioten. Ja komm, jetzt füttelt mich einmal. So. Und jetzt muss ich, jetzt, das möchte ich aber noch einmal verstehen, bitte. Warum darf ich jetzt keine Sachen dafür benutzen? Das hat mir ja vorher keiner gesagt. So, wie funktioniert jetzt diese Weitsicht überhaupt? Na okay, egal. Also da scheint einer zu sein und da zwei oder so, ne? Einer läuft da rein. Nur einer läuft da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie soll man das denn machen? Äh, jetzt mal ohne Scheiß, wie soll man das machen? Ohne Hilfsmittel auch noch. Okay, runterfallen jetzt einmal. So. Wo ist der letzte? Oh fuck. Hey! Okay, das war jetzt aber ganz schön dumm von ihm. Wie jetzt, alter? Sechs von sieben. Meine Güte, das kann man doch überhaupt nicht machen, wenn ich jetzt zu dritt rumstehen. Aber ich will das jetzt schaffen und deswegen... Machen wir das jetzt einfach nochmal. Oh nein, okay, da bin ich jetzt aus Versehen runtergefallen. Oh mein Gott, das ist doch unfassbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, komm, neuer Versuch. Wir haben ja Zeit. Theoretisch. So, das sieht er jetzt erstmal nicht unbedingt, hoffentlich. Doch, jetzt kommen sie beide an. Ach Leute, splittet euch doch mal. Ja, wir haben einen Mann runtergefallen. Okay. Na also, wuhu. So, also, was sollten wir nochmal machen? Da rein. Ja genau, Laser sind ja jetzt aus. Jetzt können wir das ja machen. Meine Güte, ich habe mir das jetzt aber auch sehr schwer getan. Und jetzt? Runterspringen. Ja, sieht so aus, ne? Huh. Wie lange habe ich das jetzt gebraucht? Wieder eine halbe Stunde oder so? Wieder eine halbe Stunde oder so? Meine Güte. Sieht so aus, dass es nichts mehr zu gehen ist, wenn es nicht mehr zu gehen ist. Be sicher, dass du deinen Nacken hältst. Äh. Hä, ich habe zwei Leute leben lassen und einen nicht entdeckt. Die Rollen habe ich alle nicht. Ja, okay, komisch. Joa, passiert, ne? Sechs Punkte wieder, juhu. Und wir können wieder irgendwas skillen. Äh, das mit der Tür. Durchdrücken von ahnungslose Feinde aus dem Versteck heraus. Halte und drücke, um in Feinde zu rutschen. Bietet einen zusätzlichen Schutz. Verbesserter Ablenkungsfackel. Verbesserter Spezialzünder. Wie was ganz neues? Krähenfüße. Wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem Tritt ein. Was? Ah, also jeder, der drüber läuft, stirbt. Oder so, schätze ich mal. Okay, das lohnt sich aber nur, wenn da mehrere drüber laufen. Ach egal, da werden schon mehrere drüber laufen. Ähm, ja, fertig. Und dann machen wir den hier, machen wir... die da und testen wir mal das. Boah, voll ekelhaft da. Wobei, so schlimm sieht's jetzt gar nicht aus. Aber... Wow. Schau an diesen Schasm. Mein Weiß? Geh schnell und nicht nach unten. Hä, ich bin Ninja. Ich, äh, komm ja wohl mit... sowas zurecht. Oh. Ich glaube, ich muss einen anderen Weg finden. Geh auf. Ich fahre auf. Ja, äh... Dieses Ort ist älter. Was du an diesen Lägen hast, sie sehen nicht sehr süß. Uiuiui, jetzt müssen wir uns immer beeilen. Das ist aber auch cool, mal wieder mit einem neuen Aspekt hier diesmal, dass man eben, äh, nicht mehr überall unbegrenzt lang hängen bleiben kann. Aber wir sind jetzt wenigstens keine Wachen mehr. Ja, das ist gut. Oh, wer weiß, vielleicht ist hier unten doch noch irgendwas. Aber wahrscheinlich sterbe ich noch, oder? Jo. Gut zu wissen. Und einfach weiter. Was ist das? Ach, da kann man rumschieben. Was ist denn das? Ist ein Sarg oder sowas, ne? Schätze ich. Das Korridor ist voll von Zutaten. Wenn du schnell stehst, wird er dich nicht töten. Ich hoffe, dass es frische Luft auf der anderen Seite gibt. Äh... Da gucke ich gleich mal an. Direkt nachdem ich geguckt habe, was hier so ist. Na ja. Na ja. Naja. Oh mein Gott. Wie hätt ich denn das jetzt so schnell machen sollen. Habe ich jetzt diese... Ne, ich hab null Punkte. Hä? Hä? Achso, ich hab sie jetzt... Sie war nicht mehr da, aber ich hab sie trotzdem bekommen. Nice. Achso. Achso. So, und jetzt ganz flott hier hoch. Na? Hui. Meine Güte. So. Sekunde.